hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Wir haben Zwillinge bekommen ja richtig geil und wir haben ja das mache ich dann auch Inspektor 18 und 13 so genau wir haben jetzt den Bereich hier ein bisschen verschönert also ein bisschen Pflanze reingebracht und so ja genau ja super weiterforschen bitte so gut es ist Nacht und wir haben genau wir haben nein warum denn wir haben ein Schneeleopard bekommen der ach warte den habe ich schon hier reingeschickt oder nicht ich bin verwirrt warte mal warte mal warte mal also wir haben ihn auf jeden Fall bezahlt ich muss schauen warte mal warte wo kann ich das nochmal sehen hier wohl befinden Gehege genau hier ah ja da war es gerade genau hier passt es und hier muss wahrscheinlich dann erst das Tier rein damit ich sehe ob die da rein also da hochkommen wäre natürlich blöd wenn nicht ne aber es ist ein bisschen steil bisschen steil ja das ändern wir dann sobald das der da ist so ganz hafte Verletzungen genau der wurde schon angefordert was aufbereitung versagt Techniker rufen wenig Geld ja es geht wieder so jetzt jetzt kommen die nämlich auch hier hoch das ist ja das ist ja schön stehen voll viele ich könnte ein kaltes Getränk vertragen genau hier ist beides essen und hier ist beides äh trinken gell äh 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 hier ist er hier ist er der kleine warte ein Tier kämpft übers ums Überleben Tiere kämpfen wegen über Belegung achso über belegung ja das kann ich verstehen das ist sehr erfolgreich ähm da werde ich einfach jetzt ähm den Goldenen behalten den silbernen ja jetzt jetzt weiß ich alles selber aus jetzt weiß ich alle raus kann ich den auch der ist auch noch gold aber zwei goldene brauche ich eigentlich nicht also zwei goldene männliche immunität also er hat in der ist ja schon draußen er ist ein bisschen besser vor allem der ist jünger der ist dreieinhalb und das sieben und er kommt auch weg jetzt die kommt auch weg kommt auch weg kommt auch weg ne die kommt nicht weg der kommt auch weg das ist alles jungtier hier kommt auch weg kommt auf jeden fall weg kommt auch weg und kommt auch da mache ich auf jeden fall ein bisschen manni jetzt klub und weg so sehr schön da kann ich ja sehen ja die kann ich auch alle nein den nicht den aber und den aber den nicht ich glaube das passt soweit gut dann noch mal kurz start und pause und jetzt die an ich würde sagen also an sich ich würde alle bis auf die silbernen würde ich frei lassen weil ja der markt ist von v feuer fausen total überschwemmt deswegen würde ich die alle so einfach frei lassen und den nächsten auch fruchtbarkeit weniger gut aber ja genau und dann würde ich sagen machen wir heute die das gehege vom schnee leoparden und genau und die welfe sind ja auch schon schon ziemlich gut unterwegs die bären haben den auch die bären haben zwillinge hinbekommen die da bekommen wir dann auch vor allen dingen die zwillinge sind beide silber das ist super da werden wir dann die 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 beiden wurden nicht verkauft alles klar für wie viel habe ich die eingestellt das weiß ich gar nicht mehr also ich brauche jetzt auf jeden fall noch mal gut 200 also insgesamt 300 wenn nicht mehr für ein weibchen für den schnee leoparden für den schnee leoparden jetzt also mit den tieren hier jetzt bekommen bekommt irgendein continent eine überbevölkerung von pfeu pfeu pausen das könnte ich eigentlich auch irgendwie cutten oder die naja also ja ich warte die ganze seite irgendwie das hier ist es wieder hoch kommt aber das kommt ja auch frei lassen Freilassen. Freilassen. Dann sehe ich ja alle, also ich bekomme ja eigentlich für jeden dann plus vier. Plus fünf, je nachdem wie gut er ist. Also da kommt schon auch was zusammen. Mich würde mal interessieren, wo die hier wirklich freigelassen werden würden. So in irgendeinem Nationalpark oder oder was? Was? Ähm. Irgendwie geht es, warte mal. Irgendwie geht es nicht vorwärts, oder? Michmarei glaube ich die ganze Zeit denselben bekannt sein. Ja. Hä? Doch jetzt, jetzt geht's wieder. Aber mit, äh, der gerade ging das nicht. Jetzt geht's auch. Jetzt geht's auch. Aber die will nicht. Nee. Hm. Dann warte ich noch ein bisschen. So. Die auf jeden Fall auch. Und der auf jeden Fall auch. Da hat's auch nicht geklappt. Den handeln wir trotzdem nochmal. Ähm. Afrikanisch. Ähm. Ah, für, für, wie viel? Ich, ich mach mal Ich mach mal 100. Und ich hab keine Ahnung. So, Gold, äh, ich glaube, den haben wir für Ich weiß es nicht, wie viel wir dafür verlangt haben. Aber verzogen wir mal 100. Für den der ist eigentlich besser als der, ne? Ähm. 120. Nee, 150. Und den bieten wir dann auch an. Ja, vorbei brauchen wir eigentlich 150. Ah, Dusen da für 30. Machen wir mal 30. Weil das, also der V ist also ein Einsteigerding, ne? Also das, das war ja einer der ersten den, den ich, ähm, gekauft hab auch. Äh, freilassen. Ah, klappt noch nicht. Okay, alles klar. Dann mach ich mal trotzdem Pause, weil der, ich will wissen, ob der hier hochkommt. Und er kommt da hoch. Ja, nice. Okay, alles klar. Dann, das wird halt ja für die, was ist das denn? Was ist das? Achso, weil keine Bepflanzung. Wahrscheinlich. Ähm, das wird dann halt anstrengend für die Tierpfleger, ne? Okay. Äh, also Gras kurz, Gras lang. Gras lang ist natürlich, äh, zu viel. Harte, das können wir rausmachen. Äh, Gras lang, Gras cool. So, dann, Fels ist zu viel. Ne, Erde ist zu viel, der, der, der Fels. Dann machen wir mal das überall felsig, wo er nicht hinkommt. So, und, äh, Klatterfels dann nicht hier. Das ist schon mal gut. Dann, lang ist, äh, ich, ich weiß immer nie, wo ich hier noch lang, ein langes Gras sein soll. Hier ist doch nichts mehr. Egal. Geil. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, äh, ganz da außen oder so. So. So, ja, keine Ahnung, wo er hier krass sein soll. Gut, dann machen wir auf jeden Fall mal Schnee. Art, äh, Schnee-Leopard. Schnee. So. Gelände. Pflanzung mögen sie nicht so. Lebenserwartung. Ja, der endet schon ganz gut. So, gut, also Klimaanlage auf jeden Fall. Die war schön versteckt. So. Warte, ich, ich muss noch mal schauen, wohin, äh, der überall laufen kann. Genau, dann, äh, verstreue ich die nämlich. Dann ist hier einmal das da. Dann hier ist, äh, so eins. Krass, hier kann er runter, das ist natürlich cool. Dann hier. Wieso kann er dann hier nicht hingehen? Ah, das, das ändere ich dann noch nicht. Feuerwehrschlauchball. Ist hier. Und Futter ist, äh, hier unten. Futterbeutel. Ja, da, da muss ich dann, äh, noch mal umändern. Alles klärchen. Da auch. Okay, dann, Wasserleitung. Mach ich einmal hier hin. Und einmal... Da, da hin und die große Platte. Mach ich dann da hin. Okay, alles klar. Dann, äh, noch Gelände. Da will ich noch ein bisschen, ähm, kleppen. So, dass er dann hier hinkommt. Beziehungsweise hier dann, äh, ein bisschen erhöhen. Und dann... Ja, oder erniedrigen. So, machen wir aber hier ein bisschen. So, weg. Warte. Warte. Wieso kommt er da jetzt überall? Hä? Ah, jetzt hat er. Okay, alles klar. Super. Ähm, glätten. So. Vielleicht hier auch, ne? Dann, äh, dann hat er hier so eine kleine Verbindung. Ich weiß nicht, ob das, äh, klappt. Nein, nicht ganz. Ja, egal. Aber so wird es ja... Ah, hier. Hier oben. Hier oben wollte ich noch. Warte, dann, ähm... Mach ich hier das höher. Genau, so. Ah, hier kann er sogar auch drauf. Das ist natürlich cool. Gut. Gut. Ah, ich, ich... Weiß nicht, was das andere bedeutet. So, dann machen wir... Ähm... Genau, langes Gras. Kommt natürlich weg. Ähm... Genau, da kann man nicht genug haben. Okay, alles klar. So, dann habe ich hier eine Forschung fertig. Schweinepest. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ähm... Ich muss gerade mal schauen, weil ich würde unbedingt, äh, Schneeleoparden erforschen. Äh, der Wolf ist, äh, nicht ganz so optimal gerade. Ähm... Hohe Arbeitsbelastung. Pendelt. Get... Stacey... Stacey... Nicht Stacey, Stacey. Äh, Stacey... Ah, die Bären. Okay, alles klar, das passt. Ähm... Stacey... Dann Napoleon macht die Wölfe und Brett... Was macht der Brett? Der macht die da jetzt. Okay. Okay. Ja, nee, das, das passt so. Okay, äh, Schnee brauchen die noch. Ja, die, die müssen... Das sei noch, äh, kühlen. Ja, das ist mit dem Ticket mache ich gleich. Warte, hier, wenn man kurz zur Pedia schauen. Ähm... Asien, okay. Äh, also die Indie wollen nur zwei... Zwei Leute haben und, äh, der ist sehr scheu. Ist, äh, süß. Okay. Abgeschlossen. Töpfe hier hin, das ist, äh, schön. So, dann, äh, mache ich hier nochmal Klima rein. Weil es, es soll ja wirklich, äh, nicht so fleckig kalt sein, sondern es soll schön durchgehend kalt sein. So, dann ist es gerade Oktober. Jetzt ist es gerade Oktober. Gut, dann, äh, mache ich hier... Ähm, Schnee, Leopard. Und hier mache ich den Wolf. Wolf. So. Hier ist... Warte, was, 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 was? Das ist nicht in Com. Das ist einfach in seinen... Äh, das... Das ist jetzt nicht wirklich entkommen. Gut, ähm, aber, weil, weil sonst, äh, zicken die Leute hier. Äh, schnappe ich mir das und dann mache ich den... Dann mache ich das hier zu. Dann kann ich hier auch, äh, warte, Schlafplatz brauchen die ja auch. Und zwar, die brauchen ja nur zwei. Wobei ich, ich mache mal zwei, drei. Äh, eins für, für die, für die, ähm... So, äh, jetzt mache ich, äh, hier das, äh, Geländer zu. So, wie so entkommen, das ist doch blöd, äh, egal. So, ich, äh, wegen der... So, dann mache ich das halt jetzt so. So, ich glaube, das passt. Gut. Ernährung. Ernährung. Also, Auslauf hat er genug, auf jeden Fall. Jetzt halt jetzt ein bisschen einsam und hier ist ganz viel, äh, Schnee, äh, Schmarrn. Äh, hier kommt, äh, Felsen. Und, äh, Schnee. Überall Schnee. So, super. Äh, war zu lang in einer Trans... Hä? Also, bist du in einer Transportbox? Was ist los mit dir? Hä? Abgeschlossen, das ist gut. Strom ist, äh, sehr gut, dann kann ich auch Solar-Dinger nehmen, die ist, glaube ich, nicht so verpönt. Wolf. Äh, Techniker rufen. Steppe. Äh, Techniker. Schwung. Bär. Bär. Wasseraufbereitung. Genau, habe ich schon, habe ich schon, so. Immer noch, ja, okay, dann, dann mache ich mal 20. Und. 14. Genauer abrichtet, äh, Rechnung, minus. Hier, ja, okay, 6.000 jetzt plus, das ist schon, schon mal ganz gut. Wenn, afrikanischer Wildhund, werden um Alpha-Status kämpfen. Äh, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, also 3 zu 2. Ja, ja, aber das, das passt. Solange die, ähm, nicht anfangen zu, zu blödeln. Steppel. Oh, der macht uns gerade kaputt und der hat's gerade geheilt. Hier, du. Wow, cooler Name. Das hast du dir jetzt verdient, du. Oh, ich hab's nicht geschmeckt. Du blöd, Jan. Mach, mach, mach einfach den, 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 den kaputt. Springbock. Verwarnung. Ah, warte mal. Äh. Hier können wir das jetzt, äh, vergrößern. Afrikanischer Strauß. Zebra hat schon die beste Qualität. Springbock hat auch schon die beste Tiere. Ah, äh, 1, 2, 3, 1, 2, ja, die, die, die beiden Männchen, ne? Ah, das, das ist ja ein Ortpunkt. Beschäftigung, die sind echt, wie lange die Tiere, ne? Äh, warte, 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 stopp. Wie bist du entkommen? Oh, hier. Okay. Äh, äh. Okay. vorliegen hier rein um es gibt nun gut sie um hatte die Opaden um solche wahrscheinlich für er hier ist ja wirklich nein das ist ja auch nicht wirklich hoch hier weil ja sechs meter sieben meter und mit kletterschutz links soll jetzt hat hier ist es immer noch dann geländer abflachen sonst bützt er mir hier nochmal raus gut dieser schnee leophard der buchste ziemlich schnell beziehungsweise einmal hat er ist er ausgebucht und einmal nicht aber ist er ja nur in sein gehege gegangen gut wird bald erwachsen abgeschaut alter jetzt jetzt kann die aber anzu das ist sehr gut dass der rosa flamingo ist okay was willst du mir damit sagen der wurde schon angefordert wird sich bald paaren das ist natürlich sehr schön okay wer der ist wieder hier drin aber wo es regnet das mag er nicht okay das mag er doch wo ist der da ist der wachsene Ja, hier siehst du nix, du Kleine. Ja, hier ist wieder Müll. Oh, Windkraftanlage, ui, das ist ja geil. Ähm, hier Müllkorb kann ich doch, kann ich hier sogar hintun. Ich dachte hier kann ich das nicht hintun. Ja, hier kann ich halt keine hintun, aber ich hoffe mal, dass die das jetzt nicht einfach die ganze Zeit so hinwerfen. Okay, Tüpfel, wie geht's der eigentlich? Die, die habe ich eigentlich die ganze Zeit jetzt ignoriert, weil die so, das passt ja bei denen, ne? Hat versagt. Ja, habe ich schon angefordert, aber kommt der da auch hin? Wie kommt denn? Also, wie, wie komme ich da hin? Ich sehe hier überhaupt nichts. Ne, das, ja, das ist ganz falsch hier. Ah, jetzt ist wieder Tag, das ist gut. Ja, ich, ich glaube, das ist ein Weg. Ja. Techniker wurde angefordert, muss er halt dann machen, ne? Forschung schon wieder abgeschlossen, ne? Ja, die Missstände ist fast voll gut, jetzt. Gut, also. Alpha-Status. Springböcke, die in dieses Springböcke, ne? Die sind echt grausam. Genau, ich, ich fallte zu den Hyänen rüber. Wie geht's euch? Oh Gott, ist das süß. Ja, jetzt lacht doch nicht so. Aber euch geht's wirklich gut, ne? Ja, passt alles. Lebenserwartung, also, das. Ja, passt alles bei euch. Super. Äh, Löwen, ja, die Löwen wollte ich ja auch mal. Kurz vor der Inzucht. Äh, ja, das will ich natürlich nicht. Aber, die, die beiden sind doch... Die, das sind doch halt die beiden, die ich am Anfang gekauft hab, oder nicht? Oh ja, klar, das ist ja auch logisch, ne? Ähm, kurz vor der Inzucht. Dann mach ich den weg. Alpha... Also, dann, dann mach ich den, der Einzige, der hier Kinder macht, ist der Alpha-Mann. Aber an sich ist es ja auch blöd. Also, der macht ja nicht nur Kinder mit, äh... Hm. Nein, ist verstorben. An Altersschwächen. Und so... Vor schon, schon wieder abgeschlossen, ey. Ich... Äh, komm gar nicht dazu. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, äh... Wie, das mit der... Oh nein. Oh nein. Wie süß ist das dann. Oder auch. Tyler... Und... Wie nett. Beides Gold. Yeah. Nice. Äh, ich hab Drillinge bekommen. Und... Alle drei Gold. Alter, jetzt... Jetzt geht's aber ab. Zauberer kaltes Gehege. Es könnte, äh... Tierpfleger... Forschung abgeschlossen. Getränke. Oh, äh... Getränke, das ist gut, weil die... Warte mal. Dann kann ich hier vielleicht nochmal... Ähm... Kaffee. Einen Kaffee machen. Das wär, glaub ich, ganz cool. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn... Die Leute noch ein bisschen Kaffee bekommen. Genau das hab ich... Genau das hab ich auch. Hier, es wurde angefordert. So. Ich hab Durst. Das war lecker. Ein tolles Wetter für... Ernten. Aber schlechtes Wetter für alle anderen. Für ein... Oh. Schon wieder. Ey, die... diese... Oh. Ich hab die schon so krass ausgedünft. Oh nein, nicht der Goldene. Boah, die Lose. Ähm... Ähm... Warte... Ja, das... Ja, gut. Oh. Sehr gut. Das hab ich auch. Krankes Tier gefunden. Weil jetzt... Jetzt... Also... Die... Die... Die hier sind halt echt übelst... Heftig. Verstorben. Boah, die Telose. Aber das ist ja... Ähm... Das ist ja in Ordnung. Hier ist es, äh... Das ist echt komisch, dass hier niemand hingeht, ne? Aber langsam, ähm... Finden sie... Die Sachen hier. Aber nur ganz, ganz, äh... Langsam. Oh. Was sieht man von hier? Hier sieht man gar nichts. Ähm... Ähm... Ich mach den mal... Ähm... Ähm... Warte... Ich drehe ihn. Pelt schon, mal. Oh. . es fängt schon wieder an das gibt es ja nicht warte ich dünn mal nochmal komplett aus Gold ist in Ordnung Silber Lob Silber Lob Gold ist in Ordnung Gold ist in Ordnung Joke 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 gut also abgeschlossen das ticket ist zu günstig bärm das ist gut tiefe krankheit das ist ja wurscht also nicht wurscht techniker rufen er habe ich da nicht es zu günstig ja schon wieder was macht ihr denn mit geiler springbok du das ist ein albino tierhandlung jetzt habe ich halt die ganzen dinge hier springen bock hochbarkeit 0 das heißt zu freilassen was aufbereitung habe ich schon gemacht hatte ich schon habe ich schon gut alter ernsthaft da ist jetzt kein alter junge junge der ist jetzt da wirklich verrottet barriere ist noch in ordnung barriere ist gut barriere passt aber ich mache es trotzdem mal barriere ist nicht gut barriere ist katastrophal so von hier aus ist furchtbar du könntest ja auch mal hier hoch gehen da ist die tüpfelhygiene nicht furchtbar aber echt jetzt diese randale löhre weißt du hier ist müll und hier ist der mülleimer wie 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 kacke müssen die leute sein hier da habe ich jetzt sehr alles angefordert hier super gut wir spielen schon wieder eine stunde okay danke fürs zuschauen würde ich sagen wir sehen uns dann das nächste mal hoffentlich nächstes mal werden wir versuchen beziehungsweise ich werde jetzt die ganzen tiere hier wieder freilassen sparen nicht die da sondern die da und dann versuchen wir für den da eine partnerin zu finden oder keine partnerin sondern einen partner wie ich irgendwie so zu finden gut danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal macht's gut bye bye das ist du weißt du wir das ist du wach du wach du wach du wach du wach du du wach du wach du Untertitelung des ZDF für funk, 2017